Herzlich Willkommen in allem Freunde zurück zu Among Us. Die Stimmen sind heute glaube ich alle in Ordnung, deshalb bin ich direkt im Wallshed. Wir sind zu 6 diesmal nur. Es ist schon wieder Moritz. Man. Warum eigentlich immer diese Trash-Map? Man. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Er ist mein Gehirn behindert. Ja. Oh hier, ich muss da noch was machen. Ja, Licht aus. Lachen. Hab ich schon. Ja, hab ich gemerkt. Jetzt Ruhe. Ne. Wie funktioniert dieses Schlüsselding? Theoretisch. Also abnehmen. Du drückst den rein und dann bist du online. Wie geht das? Ich weiß nicht wie dieses online. Please return in. Achso, ich muss erst gleich gucken. Also natürlich nur theoretisch. Okay. Mhm. Ach, Leute. Da liegt jemand, oder? Ne. Ne, leider keiner. Och ne. Och ne. Ich muss hier wieder schießen, Leute. Ich muss wieder schießen. Peng, peng, ping, 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 ping. Das ist ja ein Huhn. Ne, es ist ein Meteor. Der ist jetzt weg. Hitort. Wo lag er denn? Ich hab da den richtigen getötet, muss ich schon mal sagen. Wo lag er denn? Also ich war gerade da bei Medbay, hab mich gescannt und bin aus der Tür, also die Tür war dann verschlossen, bin nach links rausgegangen, weißt du? Ja. Ne, wo da steht. Okay. Also Marco war bei mir unten eigentlich. Ne, das ist, also, das kann ich sein, ich war bei Aaron auf der linken Seite. Ja, aber ich war mit Moritz unten in Coms gerade, also bei Coms, also dann bin ich zu dir und zu dir und Aaron. Es können einer von euch dreien sein. Danke, Moritz. Wo lag denn jetzt gleich hier oben? Ich weiß nicht, wo dieser Medike oben ist. Oben rechts zu Aaron war mit dir und unten links. Ja, oben rechts, weiß nicht. Aber warum kam gerade erst? Nein, 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 nein. Aaron war von vorher da, aber nicht. Ach, Aaron? Ich sagte Aaron. Ja, aber Aaron war noch ein bisschen länger bei mir. Ich hab niemanden gesehen von euch. Aaron, du stehst legit neben mir. Ja, jetzt aber erst. Ich hab Aaron ja auf, als ich habe Moritz bei Coms, geh nach links, bin auch am begegnet, der von da oben gerade kam. Ich glaub, Pöbel ist es, aber ich würde skippen. Aber einer von euch dreien muss es sein. Ich denke, Aaron ist safe. Also ich war die ganze Zeit links. Ich kann es nicht sein. Ja, sag wer, das war du. Ja, ich war halt die ganze Zeit links. Ja, das war so du, ne? Hat keiner bezeugt. Es ist sowas von Pöbel, es ist sowas von Pöbel hier. Du bist gebiotet, falls du redest die ganze Zeit. Nein, ich muss essen. Hast du es? V-Sync? V-Sync? V-Sync ist... Ah, ich mach mal kurz weg. Ist okay. Äh, entweder Pöbel oder... Also du Pöbel oder Moritz. Ne, Pöbel ist es für mich auf keinen Fall. Ja. Das ist bursche. Das ist bursche. Das ist bursche. Ich war die ganze Zeit links. Ja, es kann aber keiner bezeugen, Conny. Aber warum ist denn da später zu mir herzunekommen? Ja, gerade irgendwie kam er auch mit zu dir. Ja, ich war... Das ist so bursche. Ich war die ganze links. Ja, es kann aber keiner bezeugen. So, wieder muten. Danke. So. Ey, wo ist das Lava-Ding? Ach so, das ist das Injecten. Direkt rechts. Nein, ist schon. Ist auch alles so. Komm mit, Conny. Ich zeig's dir. Ist hier. Okay, jetzt spring. Hä? Oh. Oh, ne neue Aufgabe. Die hab ich glaube ich noch nie gemacht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. So. Sehr cool. Oh. Oh. Wir können endlich mal in die Sterne schauen. Und die Kacke hier suchen. Das ist er nicht, oder? Ne. Auch nicht. Da ist er. So. Ne. Conny. Conny. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg von mir. Oh mein Gott. Woher muss ich? Ich muss nach da oben. Das Licht ist wieder kleiner geworden. Ah, hier Schlüssi. Und. Top. Super. Super. Super duper gemacht. Ne. Will ich das Licht anmachen? Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall Filme hergekommen. Wieso wollt ihr das Licht nicht anmachen? Ich weiß es nicht. Ach. Hä? Hä? Ach. Da oben. Oh Gott. Er war echt. Ich raste aus. Er war es einfach echt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Power on. Yeah. Ah. So. So geht die Task. Ah. Sehr cool. Ja. Hi. Ah. 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 Ah, Aaron wo warst du? Ey. Ich war bei so einer Bohrmaschine in soem Teleskop. Es ist Marco. Marco wo warst du? ich habe was ich habe da waren zwei leute links und dann ist nur noch einer da gewesen hat geguckt ist ja warum war ich aber das nicht war und ich war es auch nicht ja und ich dachte ich kann ja sagen warum ich nichts war weil ich beim ersten kill safe bin weil ich ihn weil ich direkt gemacht habe zwei mal die lichter ich war echt recht ich habe davor als 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 hier dann der erste gestorben ist habe ich zweimal das licht angemacht das heißt ich konnte nicht nur einmal aus der ok dann habe ich einmal angemacht ja ich habe das licht angemacht ich war links und vor allem aber er ist und rechts dass ich war sowohl auch ich weiß weil ich auf admin drauf war und dauernd mich nicht anlügt ja ich aber da was ich ja du hast dich gelogen du hast dir die sachen du brauchst warum ist jetzt marco weg das war es war es hat ja lange gedauert also ich muss sagen dass marco mich beschuldigen wollte und ich wusste dass marco war aber sonst weiß ich nicht wer es war es war halt safe ich habe auch geguckt denn der war links mit irgendwer von euch zusammen und da hat er jemanden getötet also ganz links links in der mitte wer ist da von euch gerade eben gestorben ich bin links bei den bei den lampen da gestorben so das habe ich gesehen habe den gesehen okay der hat in der dc und dann muss es ja marco sein wenn er arbeiten ja war doch auch komplett richtiger ja ja das war doch ein argument gehört ja und das war weil ich bin ernst jetzt wäre es falsch gewesen und ich hätte einfach nur nackert hätte ich gesagt okay aber hä so ist doch das spiel oder nicht nackert warte mal wo ist eigentlich admin hier ich finde es im spiel gerade auch ein bisschen lügen dazu wenn mein impostor ist aber ich habe jetzt keine marken jetzt abhaut warum haut er jetzt rein weiß ich nicht ich schreibe ihn mal an oder so ja ich schreibe mit ihm ja die ganze zeit dann habe ich in der zeit noch politik weiter ich habe mir jetzt geschrieben dass er jetzt schon mehrmals im poster war als ich den ganzen gestrigen tag wie oft warst du gestern im poster? ja cool ich hatte schon coole wohnen hat Disparitäten was? das sind doch das sind doch äh Ort gebundene unterschiede oder? huh Disparitäten? ah ich habe keine Ahnung ich habe das glaubt nicht wollen wir warten oder wollen wir eine runter? naja ich kann auch jetzt einfach rein starten Warte ich denn, er setzt die Short-Taste mal um einen runter. Runtersetzen? Ja, und die killt haben 2,5 Sekunden hoch und Lutzke. Ja, er liest meine Nachrichten und schreibt eigentlich zwei Kräste. Und diesmal ist Leon Impostor. Ich bin's nicht. Ja, also, ich würde ja sagen, dass ich's nicht bin. Ach, wisst ihr ja schon, doll. Ach, wisst ihr schon. Ich kann meinen Bildschirm einmal fotografieren am Anfang, den jedes Mal zeigen, so. Jetzt, pscht. Okay, wir sind Impostor. Ich guck mal hier rein. So, wo sind die denn? Ach, ich find, ich find diese Kamera echt cool, Leute, ich find die echt cool. So. Oh, da ist Leon. So. Da, 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 da. So, wir gehen mal hier rein. Aber hier ist tatsächlich gar nichts, oder? Hier ist echt nichts. Hier ist echt nichts. Dann machen wir wieder das. Okay. Okay, wir gehen wieder außen rum. Äh. Hier oben irgendwo. Du, 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 du. So, das hatten wir geschafft. Ah. So, den Tanker, den... Oh, 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 oh. So. Gut, den hätten wir. Ich möchte mal eben da das Officer abschließen. Und jetzt suche ich den letzten. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Wo ist der Junge? Super, ich kann das wieder machen. So, da müsste ja hier gleich jemand vorbeikommen. Tatsächlich. Da ist keiner. Da ist keiner. Ist hier jemand? Da ist auch niemand. Was ist denn jetzt hier? Wollen die mich hier komplett verkacken, oder was? Hallo, Leute. Danke, ey. So. Ich hab keinen Körper gefunden, ey, Mann. Ich wollte auch noch rumlaufen und die suchen. Fuck. Ey, ich hab gar nichts gecheckt. Ja, ich bin gut. Haben wir gemerkt. Ich hab erst gar nicht hinbekommen, um den QR-Code einzuscannen. Mach mal hier. Achso, ja. Das fand ich auch schwer. Ja, mach ich nichts mehr hoch.